hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die potplagen box von reese und mickey alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung potplagen aus dem hause kopfnuss musik von reese und mickey wir werden das ganze mal aus der folie holen und uns dann im detail ansehen so das album ja mehrfach verschoben worden und jetzt am 23 11 ist es endlich soweit das album ist released worden wir haben hier eine relativ hohe box quadratische form in weiß schwarz und dunkelgrau gestaltet und hier auf der vorderseite lesen wir einmal die beiden interpreten reese und mickey und darunter potplagen und dann haben wir hier so diverse elemente die das lebende beiden ausmachen ein mikrofon eine flasche bier ein fußball ist ein zahnrad beziehungsweise hammer und hier oben dann so zeichen für den ruhe port zu kohle und dann auch noch zwei boxen gut hier lesen wir auch noch mal interpreten plus album titel hier die elemente so sieht das aus also rund um diese elemente gestaltet auf der unterseite haben wir dann den inhalt und zwar lesen wir hier diese box enthält potplagen album potplagen mixtape today reese und sonic gift ep mickey four letters ep bauchtasche poster handsignierte autogramm karte darunter haben wir die credits und einen barcode gut dann schauen wir mal hinein der box deckel ist abnehmbar und wir haben auch hier und links links und rechts zeige ich gleich haben wir dann hier solche eingriffe mit denen sich das etwas leichter öffnen lässt von ihnen deckel glatt weiß und da kommen wir mal zum box inhalt wir haben hier einmal die bauchtasche dann haben wir die four letters ep von mickey dann haben wir die gift ep von reese und sonic potplagen mixtape das album potplagen an sich die unterschriebene autogramm karte und ein poster von ihnen die box glatt weiß macht immer wieder zu so und nachdem hier diverse sachen noch in folie sind werden wir die mal öffnen nämlich das album und die bauchtasche diese beiden sachen waren eingeschweißt die restlichen bonus ep's und das mixtape in diggy sleeves ohne folie gekommen so gut dann starten wir mal wie immer mit dem album an sich so sieht das aus also wir haben hier oben kopfnuss musik präsentiert dann lesen wir hier unten reese und mickey potplagen und dann haben wir hier zwei jungs zwei junge buben die hier am straßenrand auf dem bordstein sitzen und haben wir noch ein fußball das ganze hier so in einem leichten gelb ton ansonsten schwarz weiß foto das von farben sicher nicht zufällig gewählt denn die zwei ja bekennende dortmund fans das ganze kommt in einem stand der super schule case so sieht das aus und was mir jetzt auffällt das ursprüngliche cover das damals veröffentlicht wurde war wirklich nur in schwarz und weiß jetzt dieser gelbe ton auf der linken seite noch mal hinzugefügt gefällt mir deutlich besser dann haben wir hier reese und mickey potplagen und auf der rückseite haben wir dann die tracklist und zwar haben wir insgesamt 15 tracks an der zahl und wir haben auf dem album drei features und so haben wir einmal ein feature von sonic nochmal sonic und deos also das kopfnuss musik camp und dann haben wir hier die beiden jungs die ihr freuen auf der straße sitzen gesehen haben hier auf dem weg richtung heikes hier kann es wissen heikes kiosk credits haben wir hier unten noch gut dann schauen wir mal hinein nachdem dass er ein super schule case ist geht das booklet beziehungsweise dieser einleger hier super aus wir haben hier einmal eine sehr umfangreiche dank sagung von retzer und mickey könnt ihr euch natürlich an dieser stelle das video anhalten und diese dank sagung in ruhe lesen dann haben wir hier einen jungen der etwas ja deprimiert wirkt und hier wieder das fußball thema überall mit dabei also hier so ein fußball käfig an dem der junge sich festhält okay das album beziehungsweise die album cd in schwarz und weiß sieht so aus und auf der rückseite haben wir dann auch noch mal schwarz weiß foto in diesem gelbstich so sieht das aus gut dann kommen wir zum potplagen mixtape so sieht das aus wir haben wir die beiden interpreten reese und mickey abgebildet darüber lesen wieder kopfnuss musik präsentiert reason mickey potplagen mixtape und dann haben wir hier 14 tracks an der zahl okay das ist auf jeden fall eine menge und wenn ich jetzt richtig beurteilen kann sind das wirklich allesamt neue tracks also keine remix oder sonstigen geschichten sondern hier wirklich 14 tracks also quasi ein bonus album noch mal oben drauf wir haben hier ein feature von akzent also 14 tracks gibt es hier noch mal in diesem oder auf diesem mixtape und das ganze ist in ein dickes leaf in einer papphülle so sieht das aus dann haben wir eine bonus ep und zwar ist das die gift mp von ries und sonic wir haben hier auf dieser ep sex tracks mit drauf die allesamt ohne features daher kommen sondern wirklich von diesen beiden interpreten sein dürften die cd in grün weiß und rot gestaltet ebenfalls in einer papphülle und als dritte ep bzw ja als zweite ep als dritten bonus inhalt haben wir noch diese vor letters ep von mickey diese kommt ebenfalls in einem dickes leaf und die haben wir dann auch noch mal sechs tracks obendrauf allesamt solo tracks also echt unfassbar viel musik das ganze hier so in dunklen rotbraun gestaltet das einzige was jetzt daran auszusetzen habe also jede menge musik ist auf jeden fall krass aber meiner meinung nach hätte man zumindest diese beiden ep oder im idealfall vielleicht alle drei bonusinhalte vielleicht in seinem digipack oder in irgendeinem anderen case unterbringen können jetzt hat man diese drei papphüllen aber ja dann haben wir eine autogrammkarte die von beiden unterschrieben wurde hier auch noch mal potplagen oder haben wir den herrn retze und mickey abgebildet so sieht das aus der rückseite blank weiß sehr schön dann bevor wir zur bauchtasche kommen haben wir noch ein poster mit dabei und so sieht dann das poster aus also auch hier wieder die beiden abgebildet in diesem fall mit adidas trainingsjacken und hier in der mitte wieder dieses artwerk dieses logo hier von potplagen das ganze ist einseitig bedruckt rückseite ist blank weiß und hat auf jeden fall eine angenehme größe und die faltlinien sind hier recht gut gemacht also stören jetzt in der optik wenig bis kaum okay mal wieder zusammen immer so eine sache diese sachen so zusammenzufalten wie sie ursprünglich waren so ich glaube ich habe es geschafft jawohl und als letzten boxinhalt haben wir da noch eine umhänge eine bauchtasche hier vorne haben wir einmal das logo von kopfnussmusik der toten kopfen mit dem mikrofon im kopf stecken die innenseite beziehungsweise rückseite blank schwarz wir haben hier einen tragegurt dieser ist verschließbar mit seinem plastik verschluss wir haben zwei taschen eine hier innen und eine hier außen nettes detail am rande die reißverschlüsse wurden hier mit kopfnussmusik logo gebrandet so sieht dann die vordere tasche aus also glatt schwarz von ihnen wir haben ja noch einen zettel und zwar haben wir einmal das logo von kopfnussmusik und auf der rückseite lesen wir 100 prozent polyester und made in prc also china grüße gehen raus und dann haben wir noch eine rück tasche also eine rückseite die ebenfalls bei dem reißverschluss zu öffnen ist diese auch hier von ihnen komplett schwarz so sieht das aus also zwei reißverschlüsse hier einmal vorne einmal hinten kann man auf jeden fall geldbörse handy unterbringen und das ganze ist natürlich mit hilfe von diesem element hier dann größenverstellbar einsatz kann man dann wie man möchte entsprechend größer oder kleiner gestalten um die hüfte um den bauch oder auch um die schulter zu tragen bietet sich auf jeden fall an gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was hier alles in der box befindet einmal die eben gezeigte bauchtasche dann das poster einseitig bedruckt die autogrammkarte von beiden interpreten unterschrieben die vorlehrers ep mit sechs tracks die gift ep auch nochmals mit sechs tracks das potplagen mixtape mit insgesamt 14 tracks und dann das album potplagen an sich mit insgesamt 15 tracks also wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe wir haben hier 15 tracks 14 29 29 plus 6 35 plus 6 41 tracks das ist echt eine menge das alles in dieser wunderbaren box potplagen von wies und mickey mich natürlich interessieren was haltet ihr von dem album bzw der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr wies und mickey unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt aber auf